Ja hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Minimotorways. Heute geht es weiter mit Tokio. Verbinde die 23. Zirke Tokio, der grössten Metropole der Welt. Let's go. Mal schauen wie es heute so läuft. Peking lief ja das letzte Mal leider nicht ganz so optimal. Würde ich mal sagen. Aber ich denke mal, Tokio sollte vielleicht etwas besser laufen. Zumindest hat es hier bloß einen Fluss auf der rechten Seite hier. Was hoffentlich nicht so ein grosses Thema darstellt. Okay, das ist jetzt schon mal scheiße. Oh Mann. Aber dann machen wir das doch einfach so. Schon haben wir es gelöst. Gut. Wie immer ist es am Anfang etwas langweilig. Da nicht viel passiert. Aber das kann sich ja recht schnell ändern. Ne, wir nehmen am Ampeln, da wir Brücken schon haben. Okay. Schliess ich jetzt einfach mal hier mit an. Irgendwie so. Sollte das doch vorerst gehen. Klar, für hier unten haben sie schon einen recht langen Weg. Aber das sollte jetzt nicht so ein Problem sein. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal. Aber das können wir gut hier entlang liegen. Dann sieht es schon wieder ganz gut aus. Auch hier halt wieder etwas einen sehr langen Weg. Aber es sollte auch hier vorerst klappen. Da nehme ich mal die 30 Straßen. Da wir die Brücken bisher noch nicht gebraucht haben. Was ich vielleicht jetzt dann gleich ändern könnte. Dieses Spawnpunkt hier ist eigentlich recht gut. Mit den Häusern. Dass hier viele Häuser auf einem Punkt hat. Können wir später hier eine Autobahn nach hier drüben legen. Um das Ganze natürlich etwas abzupürzen. Okay, wait. Das sieht ja jetzt natürlich schon etwas schlecht aus. Aber trotzdem funktioniert das noch. Ich entlege hier einfach mal eine Strasse so, dass hier nichts spawnen kann. Gut. Dann lasse ich das erstmal so. Und schaue, wie sich das so für hält. Der Kreisverkehr hört sich gut an. Könnte man hier vielleicht hinsetzen gleich. Okay, das ist schlecht. Nee, nee. Das bringt nichts. Dann lasse ich das erstmal so. Aber ich mache mal hier noch eine Verbindung dazu. Das, die roten hier. Obwohl, das könnte man so machen. Ja. Sieht bisher ganz okay aus. Nirgends ein grosses Verkehrschaos oder sonst irgendwas. Die Karte zoomt wieder weiter heraus. Die zwei, die weiter weg sind, haben natürlich schon wieder ein Problem, dass ich hier meistens schon zwei Punkte abstecken. Anstecken. Ja. Nice. Da haben wir gleich ein Problem mit den Strassen. Gut. Come on. Ich brauche die Strassen hier. So. Autobahn und Strassen. Mache ich das mal so. Okay. Weil ich könnte natürlich eine Autobahn gebrauchen eigentlich. Das wirklich ein sehr langer Weg ist. Daher spendiere ich euch mal eine Autobahn. Bis nach... Hier oben. Das glaube ich besser ist. Obwohl man das natürlich so machen könnte. Okay. Das war jetzt doof. Aber es sollte gleich nach diesem Auto hier wieder funktionieren. Oder nach diesem Auto halt. Blau hat hier schon ein bisschen ein Problem. Vorhin sah es irgendwie besser aus. Naja. Lass ich jetzt erstmal so. Was könnten wir da mit Blau machen? Und dass hier schlau wäre, eine Kreuzung durchzuziehen, ist fragwürdig. Vielleicht lieber ein Kreisverkehr. Dass hier eine Abfahrt ist. Hier eine Abfahrt. Hier eine Abfahrt. Ne, rot. Doch, rot muss auch dort hin. Mal schauen, ob das was bringt. Und ich denke mal eher, dass das ein riesiges Problem werden kann hier. Und die Ampel hier ist eigentlich auch recht doof. Ja. Und jetzt haben wir keine Brücken. Wir brauchen trotzdem zwei Brücken. Wir brauchen trotzdem zwei Brücken. Das ist jetzt wirklich sehr doof. Selbst hier bräuchten wir zwei Brücken. Wenn ich es von dort weiterführen würde. Geht aber nicht. Das heißt, das heißt, wir müssen hier den Highway halt loswerden. Äh, loswerden. Hier die Brücke gebrauchen. Und dann hier den Highway bauen. Und dann hier den Highway bauen. Dann halt so. Wieso auch immer der jetzt gerade so doof tut. Ich habe nichts gesagt am Anfang, dass Pek Tokio leichter sein wird. Das sieht richtig beschissen aus. Und ich habe null Strassen. Keine scheiss Strassen habe ich. Kann ich irgendwo was sparen? Das ist ein Problem. Ein großes Problem. Eine Brücke brauchen wir sowieso wieder. Aber gleich ist das am Wochenende, also sollte es gleich gehen irgendwie, hoffentlich. Ja, nice. Sieht nicht gerade gut aus. Samstag, komm schon. Hier, es deckt sich das Ganze schon ab. Das wird auf den Timer rauslaufen. Nein, ich brauche viele Strassen. Aber ich habe keine Brücke bekommen. Shit. Fuck. No, das war jetzt ein Fehler. Ich hätte den Highway nehmen sollen. Shit. Das ist ein Problem. Wir können unmöglich... Wir müssen fast hier diese Brücke hier durchführen, dass wir... Es wird niemals klappen. Niemals wird es klappen. Ich wollte sagen, dass wir irgendwie weiss... Hier mit anbinden. Und eine Strassen nach hier unten ziehen. Um die hier mit anzubinden. ... Damit die hier dann... ...irgendwie so wegfahren können. Über diesen Kreisverkehr. Der... ...sonst schon irgendwie ein riesen Chaos ist. Das wird doch nichts. Oh Mann. Touristin Tokyo freigeschaltet. Hier kommt gleich schon ein Timer. Das sehe ich schon kommen. Tokyo stellt mich hier vor Herausforderungen... ...die beschissen sind. Ob das irgendwie was bringt? Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Wieso ihr jetzt hier nicht... ...hier rumfahrt? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt... Alter, was ist so die Scheiße hier? What the hell? Dass ich hier so nahe an einen anderen Spawnkern ist... ...interessant. Ja, da ist... ...die blauen und auch das violette hier... ...ist ein Problem. Die brauchen unbedingt eine kürze Strecke. Ja gut, gleich ist das Wochenende wieder. Dann bekommen wir ein Upgrade. Hoffentlich eine Brücke. Autobahn oder Brücke. ...ja... ...ne... Autobahn oder Brücke. Eine Autobahn hört sich... ...besser an. Damit können wir dann... ...das Ganze hier so verbinden. ...und weiss wieder oben lang führen. Wenn die Brücke gleich weg ist... ...kommt natürlich darauf an, was hier dann... ...die zweite Farbe sein wird... ...die zweite Farbe sein wird... ...werden wir ja gleich sehen. So, noch die zwei weissen Autos wahrscheinlich... ...und auch nicht. Wahrscheinlich auch das Auto hier... Ja ne, was soll jetzt das... ...was soll jetzt das werden? Fucking hell. Beschissen. So... ...weiss haben wir das abgekapselt... ...halb. So... ...wenn es sein muss... ...und es nicht anders geht. Gelb... ...müsste dann hier entlang... ...dann lassen wir halt diese Kreuzung hier... ...die eigentlich auch beschissen ist... ...da sie... ...gleich... ...vor diesem... ...Eingang hier ist. Aber mal schauen wie es so läuft. Mal kurz analysieren... ...mal kurz analysieren... ...blau und gelb... äh... rot und gelb müssen hier entlang... ...über diese Strassen... ...hier könnte sich vielleicht eine Ampel lohnen... ...blau nimmt den Kreisverkehr... ...hier hin... ...und hier hin... ...oder bloß hier hin... ...kommt darauf an... ...die sind abgekapselt für sich alleine... ...das ist gut... ...wie auch Weiss... ...Violett ist auch für sich alleine... ...das sieht gut aus... ...allerdings hat Weiss einen recht langen Weg... ...was uns nicht gerade hier in die Karten spielt... ...387 Punkte... ...und gleich kommt wieder ein Upgrade... ...zwei Ampel oder eine Brücke... ...ne Brücke hört hier besser an... ...was soll jetzt das Spitzel... ...ey... ...no... ...manchmal das Strassenbauen hier ist... ...etwas anstrengend... ...no... ...wollte ich nicht... ...so... ...ok... ...das ist gut... ...das ist sehr gut... ...damit können wir gut leben... ...obwohl... ...nei warte so... ...die... ...zwei roten Häuser hier... ...sind... ...momentan noch für sich alleine... ...ja... ...das gelbe Haus hier drüben... ...können wir gerade nicht gebrauchen... ... ...Glau hat immer noch etwas... ...ein Problem nachzukommen... ...wie es mir scheint... ...warte... ...nei... ...das ist immer besser zu... ...das Ganze zu haben... ...blau wird ein Problem darstellen... ...das sehe ich schon... ...Geld muss halt... ...hier hin... ...und hier hin... ...und rot hat auch drei... ...punkte... ...können wir das... ...violett irgendwie... ...so einfacher gestalten... ...indem wir das so machen... ...was ist jetzt gerade alles passiert... ...nicht... ...allzuviel... ...nei... ...das ist jetzt doof... ...das ist jetzt echt doof... ...das heißt die von hier unten... ...die Violetten müssen nach... ...hier oben... ...könnten wir natürlich auch... ...abkapseln... ...wenn wir eine... ...autobahn haben... ...haben wir aber im Moment nicht... ...das muss vorerst... ...dieses Haus hier genügen... ...jaaaa... ...jaaaa... ...ok... ...zwei Häuser... ...schon besser als eins... ...drei Häuser... ...das ist beschissen... ...ok... ne... ...doch nicht... ...doch nicht ganz so schlimm... ...wie... ...gedacht... ...so... ...ja... ...doch... ...können wir... ...so... ...lassen... ...ok... ...ok... ...hier oben... ...sammelt sich gerade ein... ...grosses Paket... ...von... ...diesen Häusern... ...was natürlich die Verkehrsbelastung... ...bei weiß... ...nicht unbedingt... ...ääh... ...besser macht... ...hier habe ich ein bisschen Problem... ...den Timer zu sehen... ...was es da einen Timer gibt... ...ich brauche einfach mehr Autobahnen... ...aber bekomme ich ja dooferweise nicht... ...dann... 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 ...git... ...dann... 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 Weiss ist am Anschlag. Hier oben klappt es einigermassen noch mit weissem Violett. Nee, brauche ich jetzt hier nicht. Da hat es ein bisschen ein Problem, da gleich die Auffahrt ist und halt so viele Häuser auf einmal da hinkommen und trotzdem kommen sie fast nicht hinterher. No, shit, wollte ich nicht. So, irgendwie. 819 Punkte. Oh no. Okay, hier unten ist der Spielrand. Das ist jetzt doof. Man könnte natürlich hier eine Brücke ziehen. No, wollte ich nicht. Hier eine Brücke über diesen Fluss. Okay. Das wäre jetzt etwas übertrieben hier so rumzubauen und kann ich auch gerade nicht, da ich keine Strassen habe. Deshalb muss das halt auch vorerst hier an diesem Kreisverkehr des Grauens angeschlossen werden, um blau zu beliefern. Geht nun mal nicht anders. Geht nun mal nicht anders. Aber gleich ist wieder das Wochenende soweit. Aber gleich ist wieder das Wochenende soweit. Dann bekomme ich hoffentlich endlich mal eine Autobahn wieder. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Können wir mit anbinden hier. Das ist eigentlich recht gut. Okay, der ist... Oh shit. Weiss hat ein Problem gleich. Bei Weiss brauchen wir eine Autobahn. Unbedingt. Ich glaube, könnten wir über eine zweite Brücke eigentlich hier mit anschliessen. Dann hätten die einen wenigen weiteren Weg. Errungenschaft freigeschaltet Tokio-Pindler. Fuck. Keine Autobahn. Aber dann machen wir das doch hier so. Und fass die hier oben auch mithelfen. Okay. Ja. Geh nicht. Hab zu wenig Strassen. Auch so geht's nicht. So. Warte. Diese Weissen hier fahren jetzt los, um hier hinzukommen. Holy moly. Wir könnten natürlich die Weissen hier mit einbeziehen. Indem wir die halt auch wirklich über diesen Kreisverkehr hier fahren lassen. Hier herum und dann hier hin, weil Weiss stirbt mir gleich ab. Oh shit, den hab ich gar noch nicht angebunden. Fuck. Okay. Nicht gut. Irgendwie so. Keine Ahnung. Irgendwie so. Okay. Wait. So. Okay. Wait. Okay. 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 So. Okay. 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 das war hier angeschlossene ich habe keine strassen mehr das ist echt beschissen das ist unser Tod ja, Weiss ist am Arsch wenn da nicht bald irgendwas passiert er hat so viele Autos und Weiss eigentlich die aber nicht hier hinkommen kommt schon kommt schon bitte, 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 bitte come on please, no, no no, no kommt schon, bitte, 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 bitte macht es bitte, Leute hey oh shit no was ist hier eigentlich für ein Problem, alter Schwede das ist gerade ein Mitfiebern hier unglaublich hier, der Kreisverkehr des Grauens schlimm schlimm, 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 schlimm kann man aber auch nicht irgendwie anders lösen da ich ja keine Strassen habe das, jetzt war's das ja schade, schade schade zu wenige Autos erreichten dieses Ziel rechtzeitig der Verkehr brach nach 76 Tagen zusammen 1276 Pendler waren in dieser Zeit auf deinen Strassen unterwegs Game over das war's mit Tokio schade, schade schade, schade schade, schade ja der Kreisverkehr hier war wirklich eine schlechte Idee, glaube ich aber die Spawns waren halt einfach auch schlecht ja was will man machen nichts schade, schade schade das war's mit Tokio gut ja vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mini Motorways mal schauen wie es nächstes Mal rauskommt bei welcher Stadt auch immer wir landen werden tschüss hmm für